Schon kam eine andere Frau heran und fangt an mir zur Fummel an. Hast du etwas Zeit für mich? Kam sie da beinahe an mein Gesicht und drückte, es ist nicht zu glauben, wie für ihre Wüste auf die Augen. Beinahe wäre das schiefgegangen, bin ich so unter ihr gefangen, denn ich konnte nichts mehr sehen, auch konnte ich nichts mehr verstehen, weil meine Ohren auch verdickt. Ich bin ganz schön festgestickt. Irgendwie, wer weiß wieso, kam ich wieder raus. Na wie? Na wo? Sie hat nun das, was wir wollen.